Die Ampelkoalition muss ihre umstrittene Reform des Wahlrechts nachbessern. Das Bundesverfassungsgericht hat einen entscheidenden Teil der Reform gekippt. Die Richter erklärten die Streichung der sogenannten Grundmandatsklausel für unvereinbar mit dem Grundgesetz. SPD, FDP und Grüne wollten diese Regelung streichen. Sie sieht vor, dass eine Partei auch dann ins Parlament einziehen kann, wenn sie die 5-Prozent-Hürde nicht erreicht, nämlich dann, wenn sie mindestens drei Direktmandate gewinnt. Nur dank dieser Grundmandatsklausel schaffte es Die Linke nach der Bundestagswahl 2021 in den Bundestag. Die CSU, die in Bayern zwar besonders viele Direktmandate gewinnt, bundesweit aber an der 5-Prozent-Hürde schrammt, wäre von einer Abschaffung dieser Klausel womöglich ebenfalls betroffen. Mit dem zweiten Knackpunkt der Wahlrechtsreform haben die Karlsruher Richter kein Problem. Sie betrifft die Überhang- und Ausgleichsmandate. Diese sorgen für einen aufgeblähten Bundestag, was die Ampelkoalition stoppen will. Überhangmandate bekommt eine Partei bislang dann, wenn sie dank vieler Erststimmen mehr Wahlkreise gewinnt, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis Sitze zustehen. Um die Sitzverteilung proportional zu halten, bekommen andere Parteien Ausgleichsmandate. So wird das Parlament immer größer. Nach den Plänen der Ampel sollen die Sitze im Bundestag in Zukunft komplett anhand des Zweitstimmenverhältnisses vergeben werden. Wahlkreisgewinner ziehen also nur dann ins Parlament ein, wenn ihr Mandat von dem Kontingent gedeckt ist. Von dieser Neuregelung ist insbesondere die CSU betroffen, die besonders viele direkt gewählte Abgeordnete stellt.